Willkommen bei mir beim Exil Russen und Smite bei der ersten Folge, wie spielt man? Heute werde ich euch zeigen, wie man E-Mir spielt, bei Smite, easy going, hoffe ich zumindest. Was ist bei E-Mir denn? Was brauchen wir bei E-Mir? E-Mir ist groß, E-Mir ist stark, aber auch leider ziemlich langsam. Das war ein cooler Ton. Was war ich, sollte ich hier drinnen nehmen? War klar. Okay, Feichtum. Ja, wir rocken hier ein bisschen ab. E-Mir kann eine Eiswand stellen. Was, stehst du hier im Weg? Mann, Alter. Kann eine Eiswand schmeißen, kann die Gegner einfrieren, die im Umkreis sind, also die vor mir in einem kegelförmigen Bereich stehen. Und kann den Boden Eisspitze rausfliegen lassen. Richtig nice, das machen wir, wir sind cool, wir haben's drauf. Und als Ulti, in einem Umkreis von uns, keine Ahnung wie groß der ist, ungefähr so groß wie ihr hier, dieser Kreischen hier gerade seht, werden die Gegner verlangsamt, stark verlangsamt. Und dann kommt am Ende dieser ganzen Sache eine Explosion, eine Ace-Explosion. So. Was brauchen wir mit ihm hier? Wir brauchen, müssen wir uns auf die Gegner anpassen. Vielleicht brauchen wir ja sehr viel physischen Schutz, oder vielleicht magischen Schutz, das werden wir ja doch alle ziehen. Ist aber kein Problem, wir haben's nämlich drauf. So, und ab in die Mitte. Wir sind hier in der Arena, los geht's. Das machen sie ziemlich häufig jetzt, ne? Oh, hier, viel Spaß, take it. Ach, die haben wohl Karnus, die sind kein Arschficker. Was lieb, bitte? Ja, lass mich mal vor hier. So, da habt ihr. Ach, ich bin... Äh, Leute, könnt ihr mal mit mir mitkommen hier, ihr kleine Idioten. Warte, gerade ihre Ulti, oder was war das? Okay. Ja, die sind schön ausgewogen, die Schweine. Ja, voll, es sind... Oh, ich muss hier weg, 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 ich muss hier weg. So, bin drinne. Können wir schon mal das nächste Ding rufen, um die zu zerstören. Ich kriege gerade ziemlich kratzmagischen Schaden rein. Also, nehmen wir uns. Etwas, was dagegen hilft. Ach, Gott, Leute, ihr habt's alltaglich drauf, oder? Oh, nice, danke, Skadi, dass du das Spiel verlässt, du bist, toll. I need to go AFK, sorry. Ach, Gott, Alter. Ach. Hihi, kommt der da vor. Man müsste mir hier auf den Sack gehen. Hihi, 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 hihi. Sack! Hier bin ich. Was für lange Wein ist, Skadi? Äh, Leute, macht die da. Ach, hier. So, jetzt musst du mir hier kurz mal ein bisschen umsetzen. Das ist ja schlimm. Das nächste Thema war mal auf physischen, ne? So. Mit zweien stehen wir zwar vorne, aber, Leute, ich brauche hier ein bisschen mehr Initiative von euch. Oh mein Gott, sie hat mich getroffen. Das ist doof, das macht das, Loki. Zack, angekommen, hier kriegst du Schaden. Ich bin 좋은 Hitler, ne! Du kleine Sau. Sei kolejisch. Du mach' den Woahum, dau Rutger. Das ist du. und sie werden sie so entfunden ist ein Stückchen zurückgehen und der vor Ort das Schade das wird mir ein hihihi so das müssen wir auch passen Leute so jaja dann hast du das jetzt sind Prozent Prozent wir sind Tänke ich veranlagt sich täglich doch läuft doch noch so weiter mädel er passt doch mal bis rettieren leben und ihr macht nur scheiße ohne schmarrn Leute jetzt mal ernsthaft was ist hier los mit euch was ist bloß los mit wollen ihr könnt ja mal gar nix so wir haben noch ja genau du genau du hihihi hier mal hier rein ja ja oder jetzt zu dauern echt nice gemacht mädel nehm ich gar nicht kacke von ihr echt kacka da finde ich echt nice von ihr dass er bei mir rein rennt und habe er könnte zweites Religiösser machen aber voll verplant die die Tür die Böse 3 die Klappe ich komme zu dir, ich komme zu dir, meine Lady so, ab zur nächsten Sache guck mal, wie da in der Mitte so krass kacke steht ja, genau, Leute, genau, weiter geht's hier, kommt, nicht die, keine Müdigkeit vorschützen nee, wir müssen hier richtig rocken da, 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 hab dich ach so, deswegen bin ich hier so krass abgekackt gerade da, 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 da nein, ich sterbe, ich sterbe, scheiße, warum war ich denn da drinnen das ist gerade überhaupt nicht, warum ich da drin war so, gut oh, wir können ja wieder wir machen mal auf Rasserei, wir brauchen krassen Damage hier aber das sollte jetzt nicht die Ausnahme der Regel sein was ist denn da vorne los, Leute das hängt nicht darauf auf das ist jetzt krass jetzt werden sie richtig greedy scheint das macht sie denn junge ja ist doof gelaufen und jetzt dass wir von jetzt hier waren wir lagen gerade so gut und auf ehemalig werden die alle so ob man diesen unbesiegbaren auch mit in der Personie aber man sie merkt es doch nicht so läuft so komm komm holen wir holen das krass so tank ist da und jetzt müssen wir ein bisschen weiter zurück leute was wollt ihr denn von mir mädel ja 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 hast du hast du nie krieg mir da warum zeig ich hier dauernd nil ist ja krass heute mensch 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 wir stehen jetzt 2 2 das muss man weg leute das will ich ganz schnell dauern und darauf habe ich keine lust irgendwie nicht ne so vakuum stein wollten wir ne genau und weiter geht die wilde fahrt guck mal da bin ich schon was ist mit euch los hier hier rum ist doof dass du mich nicht triffst oder gerade er ich habe so leise gefühlt sind gleich so schlecht dabei mit einer Person wieder wenn die es noch wieder kommen würde dann macht die Typen der zwei ist immun gegen mein Zeug aber dass wir was hier ja das war man schläuter Hier I am Once again Ach man, oh Dumme Fotz Sorry Wollte ich gar nicht sagen Ach, dafür setzt du jetzt ein bisschen Scheiß ein, ey Du bist dumm, ey Oh, backe Leute Dummer Hund Ich geh mal kurz back Back Gehen Mit B Go, go, go Äh, ja, aber nimm mal da Nimm mal die Wörtertier Warum sind wir eigentlich noch so mit den Tickets her so wenig So voll kacke Wir müssen doch eigentlich viel mehr haben Bei 15.11 Naja, wir machen das schon Und rein damit Hier I am Dö, 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 dö Alleen, hier kien ich rein, Leute, ne Ist euch auch nicht bewusst Oh, zack Oh, je Will ich arm Was willst du denn jetzt? Bin ich hier trocken, Junge So, den stech herein, den stech herein, den stech herein, den stech herein Ja, genau deswegen, Leute Deswegen fand ich hier So, weiter Oh, scheiße Hey, gar nicht, mach'n Baum Okay, egal Ech, lady Lady, lady, lady Wie geht's Daher ist ich will mich da umkriegen, oder was? Ja, ja. Wieder ein Gegner ledig hier. So, wir kommen hier nicht da ran, Leute. Das ist doch schon mal... Schön! Wie ist das witzig? Ach ja. Nein! Wenn die auf einmal rechts reinigt und ich spinne, ey. Jetzt. Das ist der Fall. Wieder nichts. Hätten wir mal Winzel wohnen können, ne? Und jetzt? Gute mich holen, oder was? Super. 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 Ja, aber wir haben jetzt ein wenig. Jujoo, dann holen wir uns das Ding hier, dann... Dann haben wir noch mehr Schutz. Nice. Boon! Siehste, so muss es weitergehen, Leute. So muss es weitergehen. Der Tor holen wir uns auch noch hier. So, zurückfallen lassen, zurückfallen lassen, Mädel. Ach, scheiße, kann ich nicht mehr durch. So. Oh Mann, was macht der da vorne? Ach, Leute, jetzt wird es hier ein bisschen aufregend. Jetzt wird es richtig aufregend hier. Wie spielt man ihm hier, geht in die heiße Phase? Zack. Jetzt haben wir noch mehr Schutz. So muss es nämlich. Ich komme, Mädels, ich komme. Ich bin da. Schade. Zack, eingefroren. Zack, hier kriegst du was drauf. Nice, Junge. Ach ja. Ach ja, Leute, weil ihr euch fragt, wer die ganze Zeit da labert, das ist dieser... krasse Spastika... Also Agni. Meine Leute, was macht ihr denn jetzt da? Wird die alle doof? Ich bin hier von Idioten umgehen. Ohne schmarrn. Ja, wo seid ihr da alle? Das ist ja immer was Schönes hier. Ah nein, ich flieg hier gerade rum. Nein, nein, nein. Leute, ihr wisst schon, dass er hier nicht durch darf. Mann, Leute. Alter Schwede. Was seid ihr denn für totale Idioten? Alter. Wir hätten nicht den gewinnen können. Ne, Noobs. Noobs vom Feinsten. Oh, weißt du, da ist so ein Typ mit so einem Gerät. Ich... Wir lassen die einfach mal durchlaufen, weil das ist total gut. Idioten. Oh, Backe, ey, da. Da könnt ihr auf jeden Fall mal sehen... Naja. Wenn man keine richtige Team hat, hat das mal angearscht. Wie immer. Loki hat viele Kids. Skadi, na gut. Die war ja nicht mehr da. Aber ihr könnt gar nichts, Leute. So, hier. Da. Nix kann er, nix kann er, nix kann er. Hält nur vielleicht. Ja, aber elf Tote. Äh, Tote. Das ist auch nicht cool, Leute. Ich hab fast so viele Kids wie du, lieber, ja? Und mehr sitzt auf jeden Fall. Hm. Naja. Auf jeden Fall so... Ihr habt ja gesehen, wir haben ganz gut gerockt eigentlich. Weil jetzt gar nie weg war. Und ich als Imi ging ja eigentlich auch ganz gut klar. Wir haben gerockt. Also haut da rein. Das war die erste Folge. Wie spielt man? In diesem Fall Imi. Haut da rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.